Irgendwie die kleinen Schritte umzusetzen in größere Schritte. Und das ist genau der Punkt, wo wir heute anders agieren können. Wir haben noch Zeit. Wir können uns immer noch vorbereiten, dass in dem Moment, wo der berühmte Tag X kommt, wo gewissermaßen die Normalität wieder da ist, wir anders vorgehen. Wir können uns Ziele setzen, wir können Pläne machen und wir können dann zu dem Zeitpunkt möglicherweise schon fertig sein, um etwas Neues einzugreifen. Eine Chance, denn Chancen lauern überall.